hallo und herzlich willkommen heute mal nicht zum let's play aber mit mir king falke und nemesis wir wollen ein infovideo machen ja leute was geht nemesis hd ist hier und zwar wollte wir starten am samstag ich und king falke ein dual 24 es beginnt am wie schon gesagt am samstag um 18 uhr nach der bundesliga hat nur haben wir uns vereinbart der extreme soll 24 stunden lang gehen sollte also sprich bei ihr seht ihr 24 stunden lang fifa und cod bei falke wir denken ja mal gucken lol vielleicht auch noch dann sie krummer wieder und vielleicht auch mal ein bisschen bo speist oder doch morgen wenn fifa macht ich hab ja 24 stunden zeit spiele das bin ich auch sehr gut bei ihm er spielt wirklich darf auch worauf er bock hat leute waren keine kleine ankündigung von mir von meiner seite aus gesehen bei mir wird sein xbox und ein ps4 turnier geben auf fifa 16 natürlich der gewinner jeweils bekommt jeweils von den konsolen her die 50k sprich wenn ihr xbox turnier mitmacht bekommt ihr 50k xbox coins wenn ihr ps4 mitmacht bekommt ihr 50k ps4 coins zusätzlich wird bei mir im stream dann noch jede plattform 10 euro pc verlost und also sprich insgesamt 20 euro und 100k wenn man es insgesamt nehmt wie könnt ihr daran teilnehmen leute das erfährt ihr alles an diesem samstag einfach mal einschalten würd ich sagen und leute falls ihr kingfalt jetzt noch nicht so aktiv verfolgt hat leute link ist in der beschreibung von kingfalt in checken bei mir auch nehmt es ist crazy würde ich immer sagen mit ihm kann man wirklich immer gute laune haben immer gute gespräch haben checken auf jeden fall und lasst ein abo bei ihm und bei mir natürlich gegenseitig auch ich hab ja nemesis sein youtube video sein youtube kanal und sein twitch kanal unten verlinkt könnt ihr mal weiter über ein follow und abo da lassen ja das denke ich auch das werden alle informatoren dazu noch mal bei mir ist ja standard damit würde ich sagen würde ich hoffe zahlreiche ich hoffe auch ich kommt natürlich in cs alle sind eingeladen und multithits ich hab ja bei mir auch schon drin die machen command von wenn man ausrufezeichen multistream rein macht kriegt man den multithitsch genau multithitsch also ihr könnt auch beide spielen gleichzeitig aktiv sein genau richtig das würd ich mal sagen das wars von uns bald gell oder? tschuuuus jo hehehehe bis zum vierten genau bis samstag tschuuus bis zum vierten 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 Vielen Dank.